Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns mit strahlenden Materialien auseinandersetzen. Und ja, strahlende Materialien sind irgendwie ziemlich cool, weil man dadurch natürlich sowas machen kann wie leuchtende Tür, Knaufe oder Tür, was auch immer. Leuchtende, was auch immer. Also sowas wie zum Beispiel auch Beleuchtung durch Objekte ist dann überhaupt erst möglich. Das heißt, ihr braucht an sich keine Sonne, ihr braucht keine Lichtquelle, sondern ihr könnt einzelne Objekte als Lichter sozusagen benutzen. Und das ist schon irgendwie cool, vor allem weil natürlich auch das Licht dann farbig ist, beziehungsweise sogar aus einer Textur kommen kann. Und das ist sehr, sehr nice, vor allem ja, wenn man natürlich immer solche Sachen braucht. Wie gesagt, Beispiel irgendwelche Hightech-Türen, die dann natürlich leuchten. So, was wir heute erstmal machen wollen ist, wir wollen uns ein neues Material anlegen. Und das nennen wir einfach mal Emissive, weil der Term wird eigentlich immer benutzt. Wir sehen auch hier Emissive Color, das ist das, was wir haben wollen am Ende. Und jetzt will ich euch noch ganz kurz ein bisschen was zu Default Lit und Unlit erzählen. Default Lit bedeutet sowas wie, das ist der Standard, das heißt, wenn ihr Sonneneinstrahlung oder Lichteinstrahlung von woanders her habt, dann wird das Material ganz normal in den Schatten werfen, es wird ganz normal berechnet, alles normal. Das Problem ist bei Emissive Materials ganz besonders, dass das sehr viel Leistung braucht und man das möglichst vermeiden sollte, sprich, man sollte hier auf Unlit gehen. Aber, ihr seht, was jetzt passiert ist, es wird einfach schwarz, das heißt, es ist komplett unbeleuchtet. Es wirft keinen Schatten, es gibt keine Base Color, es gibt kein Specular, es gibt keine Roughness. Das heißt, wir haben eigentlich im Endeffekt ein komplett nicht existentes Material, aber wir können natürlich immer noch eine Farbe werfen. Und das ist für Emissive Materials eigentlich das Beste, was man machen kann. Das Problem ist, wenn wir natürlich irgendwie in unserem Material Teile haben, die Emissive sind und andere Teile, die nicht Emissive sind, das bedeutet, die auch eine Base Color haben, dann sollte man hier umschalten auf Default Lit. Aber wir werden jetzt hier sozusagen uns eine Leuchte kreieren, die eigentlich nur scheint und sonst nichts weiter tut. Das heißt, wir können hier Unlit benutzen, aber bitte, falls irgendwas nicht funktioniert, schaltet einfach mal auf Lit und dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, okay, es funktioniert doch. So, gut, was wir jetzt hier haben wollen, ist, wir wollen als einziges eigentlich erstmal hier diese Emissive Color realisieren und dazu holen wir uns einfach mal eine Konstante. Ich werde mir jetzt hier einen Dreiervektor ziehen, das bedeutet, wir haben hier im Endeffekt auch die Möglichkeit, eine Farbe anzugeben. Wir können natürlich hier über RGB bzw. eigentlich diese Dinge auch als Dreiervektoren interpretieren, aber wir können hier auch über den Color Picker gehen und ich möchte eine knallrote Farbe haben. So, und ja, jetzt haben wir im Endeffekt schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt brauchen wir das Ganze allerdings, ähm, ja, ist eigentlich alles, was wir hier brauchen oder was wir benutzen wollen, aber wir wollen es aufsplitten und zwar, ähm, dass wir hier tatsächlich das als, ähm, wie nennt man es, als Emissive Color hier einfach benutzen kann, also wir stecken das sozusagen hier rein und ja, wir sehen, jetzt ist es, ähm, knallrot, so richtig knallrot, also wirklich roter geht es nicht. Wir haben hier R als 1 eingestellt und das ist für die meisten Anwendungen meistens etwas zu viel Rot, möchte ich mal so behaupten. Deswegen kann man auch natürlich noch die Emissive Strength irgendwie, ähm, angeben. Das heißt, wir wollen vielleicht nicht alles Rote hier haben, sondern wir wollen es ein bisschen abschwächen. Ähm, und ja, das machen wir, indem wir einfach hier ein Multiply ranhängen. Äh, also Multiply, äh, ja, wobei hierüber müsste es eigentlich auch, genau, hier gibt es natürlich auch, ähm, genau. Wir stecken hier das rein und jetzt können wir hier eine weitere Konstante angeben. Und hier machen wir jetzt tatsächlich schon das Nächste, nämlich sozusagen Instanced Materials. Das heißt, wir bauen hier uns einen echten Blueprint von einem Material und wir arbeiten nicht nur mit Konstanten. Das hatte ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber wir haben es tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, ist mir aufgefallen, sorry, dass, deswegen, dass es so spät kommt. Und jetzt haben wir hier ein Parameter in unserem Material drin. Das heißt, dieser Parameter ist erstmal, ähm, ähm, wie nennen wir das Ganze denn? Äh, Stärke. Ja, Stärke. Leucht, Leuchtkraft. Leuchtkraft ist noch viel besser. Leuchtkraft. So, und, ähm, das Ding ist jetzt hier tatsächlich ein Wert, der hier, ähm, kontrolliert werden kann, wenn wir eine Instanz dieses Materials bilden. Denn, ja, Emissive Materials an sich haben jetzt nichts Besonderes, ähm, und wir sagen hier, der Standard ist erstmal 0,5 und das ist unsere Emissive Color. So, ähm, wobei wir können hier auch eigentlich mal den Standardwert auf 1 stellen. So, der minimale Wert, ähm, ja gut, wir können eigentlich die Slider hier so lassen. Also, wie gesagt, man kann das dann nachher, wenn wir eine Instanz davon erstellen, kann man das wirklich einstellen. Ähm, und der Slider, der maximale Slider, sagen wir mal, ist auf 10 oder sowas. Heller sollte es vielleicht nicht sein, sonst wird es ein bisschen seltsam. So, und ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir hier dringend brauchen. Jetzt können wir, also wir sehen, es ist nicht wirklich hübsch oder so, aber wir wollten ja eigentlich bloß eine rote Leuchte kreieren, die halt einfach leuchtet. Und je heller es wird, desto weißer wird es sowieso. Es strahlt dann aber immer noch in dieser roten Farbe, ähm, werden wir aber gleich noch sehen. So, wenn wir das jetzt irgendwo draufziehen, ich baue hier einfach mal, oder was heißt ich baue, ich ziehe diesen Cube hier rüber. Ah, ja, richtig. Ähm, ziehe den hier rein. Und der wird jetzt hier als Lichtquelle dienen. So, und jetzt ziehe ich dieses Emissive Material mal hier drauf, und dann sehen wir, das sieht eigentlich nur scheiße aus. Ähm, deswegen wollen wir auch wirklich eine Instanz dieses Materials bauen, und deswegen gehen wir hier drauf, Create Material Instance. So, und jetzt können wir hier sagen, ähm, ich möchte ganz gerne, äh, sehr leuchtend haben. Ups. So, und jetzt ziehe ich die nämlich hier drauf, und jetzt sehen wir, wir können hier tatsächlich diesen Parameter anpassen. Ähm, nicht über den Cube, sondern hier drüber. Genau, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ähm, diese Leuchtkraft hier zu setzen auf irgendeinen anderen Wert. So, und jetzt machen wir das Ganze einfach mal so, und so sieht es so ein bisschen aus wie so eine, naja, wie so eine Sonne, so ein bisschen, naja, okay. Aber wir sehen auf jeden Fall, jetzt sieht es nicht mehr so widerlich rot aus, jetzt sieht das Ganze schon etwas schicker aus. Und wir haben eine Instanz von diesem Material erstellt, und können jetzt jeden Parameter, den wir hier drin hatten, in diesem Emissive, also alles, was wir hier drin als Parameter definiert haben. Wir sehen hier Param 1, Default Value ist zwar immer noch da, aber man kann jetzt hier Instanzen erstellen, ganz normal, und jetzt kann man hier jeden Parameter anpassen, falls man möchte. Ich kann natürlich auch wieder auf Default zurückstellen, oder ich kann ihn anpassen, kann ihn bis 10 hochstellen. Ähm, wie viel, wie gesagt, das haben wir in dem Slider eingegeben, bis wohin man stellen kann, aber man kann natürlich hier auch immer noch 50 stellen. Ähm, das geht genauso natürlich, wenn man hier einfach den Slider nicht haben möchte. Ja, das gibt euch sozusagen einfach nur so eine kleine Sicherheit. So, und jetzt sehen wir, das Ding ist eigentlich weiß, aber es leuchtet in rot, also man sieht es wirklich, es ist schon sehr hell. Und damit kann ich jetzt eigentlich auch meine Umgebung beleuchten. Fakt ist, ich werfe keinen Schatten. Warum werfe ich keinen Schatten? Also wir können jetzt gerne mal hier Lighting neu bilden, es wird aber nichts ändern, ähm, oder zumindest nichts, äh, Wirkliches. Wir sehen auch hier, das Ding sieht irgendwie absolut unecht aus, abgesehen davon, dass es ein Cube ist, der komplett knallrot leuchtet. Ähm, ja, ich muss jetzt noch irgendwie kurz Zeit überbrücken, bis das Ding hier fertig ist. Ähm, woran liegt das, dass das jetzt hier nicht funktioniert? Naja, wir haben dem Cube noch nicht gesagt, dass er tatsächlich als eine Art Licht fungieren soll. Und das, ähm, Achtung, hier sind wir tatsächlich ab Version 4.6. Das heißt, ihr könnt es nicht mit jeder Version machen, aber eigentlich hat heutzutage jeder höher als Version 4.6. Genau. So, also wir sehen hier, ähm, dieses Ding leuchtet zwar echt penetrant, aber, wenn wir hier mal genauer herangucken, das wirft weder Schatten, irgendein, nichts davon wirft Schatten, obwohl das wirklich leuchtet wie eine Sonne. Und das liegt darin, dass wir hier unter dem Material an sich ein bisschen runterscrollen müssen. Ähm, wahrscheinlich ist das bei euch eingeklappt auf Lighting, Lightmass Settings und dann Use Emissive for Static Lighting. Und jetzt wird hierdurch, ähm, sozusagen auch alles als Licht, ähm, berechnet. Und wir können hier auch sagen, wir wollen das Ganze Diffusen nicht so stark boosten oder ein bisschen stärker boosten. Wir können es einfach mal auf 5 stellen. Dann sehen wir, es ist roter geworden. Ähm, wir können es auf 8 stellen oder auf 100 mal. Ah, ja, gut, man sieht nicht wirklich viel. Ähm, na komm, gib mir 0,5. Naja, okay, man sieht nicht so viel. Ich baue, ups, hoppla, das wollte ich nicht. Ähm, ich baue jetzt hier einfach mal das Ding hier oben rein, sozusagen, als Leuchtkugel und jetzt bilden wir nochmal das Lighting und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Okay, es dauert ein bisschen. Ähm, ja, jetzt sehen wir, wir haben hier tatsächlich das als Lichtquelle. Der ganze Raum ist heller geworden, weil das jetzt eben hier eine Lichtquelle ist. Und wir sehen auch, hier ist jetzt plötzlich ein Schatten von genau dieser Box, witzigerweise. Ähm, genau. Und alles, äh, okay. Ja, jetzt ist es fertig. Jetzt sieht es richtig schön aus. Ich wollte gerade sagen, der Schatten sieht da irgendwie seltsam aus. Und jetzt sehen wir, der ganze Raum ist nicht nur heller geworden, sondern tatsächlich auch rot. Und ich werfe jetzt auch einen Schatten, also meine Spielerfigur, wirft jetzt auch einen Schatten anhand von diesem roten Licht hier. Das heißt, so könnt ihr jede mögliche Farbe sozusagen als Licht benutzen. Klar, ihr könnt natürlich auch einfach ein Licht benutzen. Aber ihr könnt das Ganze, ähm, nicht nur als normale rote Farbe benutzen, sondern ihr könnt auch hier tatsächlich eine vollwertige Textur einblenden und diese Textur als Licht, ähm, benutzen. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel Lava reinziehen. Ähm, das könnten wir eigentlich mal machen, dass wir unserem Lava... Ne, macht ihr das als Übung. Zieht euch da ein Lava rein oder benutzt das Lava, das wir hier schon gemacht haben und lasst das noch ein bisschen glühen, so wie das hier, also nicht ganz so krass vielleicht. Und ja, dann haben wir hier die Möglichkeit, uns wirklich ein Licht zu bauen. Und, ähm, ja, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.